Die Europäische Green Deal ist Europas neue Verwaltungsstrategie. Nur wenn man unser natürliches Umfeld verbringt. Wir wollen die digitale Transformation, unsere Ökonomie zu erzeugen. Und wir wollen europäische Lösungen in der digitalen Welt finden. Wir werden jeden verfügbaren Euro, den wir haben, auf jede erdenkliche Weise nützen, um Leben zu retten und die Lebensgrundlagen der Europäerinnen und Europäer zu schützen. Und in dem Raum der nur wenigen Stunden haben wir kollektiviert 7,4 Billionen Euro für Vakzine, Diagnostik und Träte. Das ist Europas Moment. Das ist weshalb die Kommission ist heute proposing ein neues Rekordungsinstrument, called Next Generation EU, worth 750 Billionen Euro. Die Europäische Kommission arbeitet seit ein paar Monaten zu erreichen, um die potentiellen Vakzinen zu bekommen. Wir setzen uns eines der größten Vakzinen Covid-19-Vakzinen in der Welt. Das erzeugt den Europäern an die größten Vakzinen der Zukunft der Vakzinen, ist und der development so far.